Let's go So viel high Ist ziemlich wenig Die hat mich 800 Euro gekostet Eine zweite Adobe Lizenz Ich habe nicht mal eine Ich kann euch übrigens auch sagen Was bei mir war Ich habe mir Sony Vegas Pro 11 Damals für meinen Laptop 460 Euro gekauft Und dann habe ich das geupgradet 5 Jahre später oder 6 Jahre später Habe ich das geupgradet auf Sony Vegas Pro 16 Und das hat nochmal 250 Euro gekostet Also habe ich insgesamt Ausgaben für 410 Euro Aber ich nutze auch seitdem Immer dieses Programm Und schön, dass ihr da seid Ein Lauch in Kona der Flo Chippax Schön euch hier zu sehen Ja, ich muss sagen Das ist eigentlich ganz gut Klar, es gibt immer mal Probleme mit Sony Vegas Aber damit habe ich kein Muss ich sagen Damit habe ich mehr Plus wahrscheinlich gemacht Als jemals Minus Dazu Habe ich halt kein Adobe Und musste halt nicht monatlich jedes Mal Geld bezahlen Zumal auch in Adobe übel teuer ist Dann habe ich mir als Bildbearbeitungsprogramm Affinity Foto geholt Kostet 50 Euro komplett als Gesamtpreis Und hast du dafür immer Und dann muss ich sagen Was willst du eigentlich mehr Da habe ich für 460 Euro Habe ich gutes Bildbearbeitungsprogramm Und gutes Schnittprogramm Habe ich ein bisschen Glück gehabt Sogar noch weitere 800 Euro Aber wie ist das Ganze passiert Naja, ich hatte ja damals Warum crackst du dir das Programm nicht einfach Weil ich auf ehrlichen Wege mein Zeug machen möchte Zumal ich auch Beziehungsweise mein Bruder hat auch schon Negative Erfahrungen mit Cracken gemacht Grüße gehen raus an Sven Falls du noch da bist Ja, er hat auch schon mal Sich ein Programm Es war kein Bearbeitungsprogramm oder so Aber das war in Ich glaube es war Formel 1 damals für den PC Hat er sich gecrackt Und musste dann später insgesamt Mehrere hundert Euro Strafe zahlen Also es war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken Und dementsprechend Ich bin lieber so Ich kaufe mir was Und bekomme dafür auch was Und habe dann auch die komplette Version Und Einschränkungen und so weiter Also ich bin da Wirklich was das angeht Bin ich doch eher so ein ehrlicher Typ Und kaufe es mir dann lieber Er hat eigentlich selber auch In dem Videobereich schon angefangen Zu arbeiten und Dinge zu machen Ist dann aber zu mir gekommen Und meinte Jo, entweder du hundst mit einer Ich kann keine Videos mehr für dich cutten Fand ich halt damals ehrlich gesagt Schon mega komisch Weil wie gesagt Er hat sich da selber ein Business In dem Bereich aufgebaut Das heißt Er hätte sich auch Adobe selber kaufen können Ich habe mich dann aber Ein bisschen belabern lassen Und habe ihn dir dann halt einfach geholt Für 800 Euro Und das war aus mehreren Gründen Einfach komplett dämlich Das erste ist Digga, hol es dir selber Wenn du es brauchst Zweitens natürlich einfach die Tatsache Dass der Schnitt sowieso Komplett kacke war Und überhaupt keine Zukunft hatte Ich meine die Videos von dem Also stell dir das mal vor Du machst ja mit dem Kanal Machst du ja selber Vielleicht gar nicht so viel Aber 800 Euro Was hat denn der sich Also das heißt Im Monat muss das 70 Euro Muss das im Monat gekostet haben What the fuck, Alter Irgendwann ganz in Ordnung Der hat die Fates geschnitten Und so Die kam ja auch gut an Gar keine Frage Aber ich fand das persönlich Einfach nicht mehr wirklich passend Für meinen Kanal Und naja Ende vom Need ist Der hat irgendwie noch Drei Monate Oder vier Monate Damit geschnitten Dann habe ich ihn rausgeworfen Weil ich die Fates Ja dann selber geschnitten habe Und dann war ich ein halbes Jahr Auf einer Adobe Lizenz Die ich nie genutzt habe Wow super Vor allem ist dieses Adobe System Mit den Kündigungen So unfassbar kompliziert Dass ich zwar dachte Das gekündigt zu haben Aber das doch nicht gemacht habe Und deswegen haben die so Vor einem Monat oder so Einfach nochmal das Geld Dafür abgezogen Ich habe dann aber Zum Glück mit dem Support Und die meinten Aus Kulanz Geben wir dir das wieder Wie wäre es mal damit Aus Kulanz Eine vernünftige Seite zu bauen Wo man richtig kündigen kann Naja Bin ich auf jeden Fall Nochmal mit einem Blauen Auge davongekommen Die nächsten unnötigen Ausgaben Waren Notarkosten In Höhe von Pi mal Daumen 1500 Euro Die ich für einen Vertrag Zahlen musste Den ich im Endeffekt Nie unterschrieben habe Und wo es eigentlich Auch vorher klar war Dass das nicht zustande kommt Letztes Jahr Ist ja Gina schwanger geworden Von wem weiß ich nicht Aber auf jeden Fall War ein Kind unterwegs Und unsere alte Wohnung War da dann halt leider zu klein Das bedeutete natürlich Jo wir suchen uns Eine neue Wohnung Das war noch kurz Bevor ich meine Steuerschulden Gehabt habe Und ich dachte mir so Ach Digga komm Ich hole mir einfach Eine richtig geile Eigentumswohnung Ich habe ja schon über Jahre Jetzt relativ stabile Einnahmen Die auch gar nicht mal So niedrig sind Und deswegen habe ich Meinen Kollegen bei einer Bank gefragt Jo Bruder Wie sieht es aus Und der hat sich das angeguckt Und meinte so Digga safe Digga Safe 100% Dann habe ich halt im Internet Nach Eigentumswohnungen geguckt Und habe auch eine gefunden Die Wohnung die ich mir dann Angeguckt habe War halt nicht mal fertig Der Boden war noch nicht drin Man konnte die Wände Noch so minimal mitbestimmen Und keine Ahnung Eigentlich hat mir das Direkt nicht gefallen Aber irgendwie fand ich das Auch allgemein cool Eine Eigentumswohnung zu haben Und habe dann halt einfach gesagt Ja Bruder Die nehme ich auf jeden Fall Das Ganze lief dann Erstmal so ein bisschen schleppen Weil wir ein paar Der hat die sich gekauft Also davon weiß ich Zum Beispiel noch gar nicht Dass Tim sich die Wohnung Gekauft hat Vielleicht kommt es ja auch noch Dass es doch nicht so war Aber eine Wohnung Sich zu kaufen Also wenn du dir eine Wohnung In einer relativ guten Gegend Kaufst Dann ist das ein übel hoher Betrag Müsste ich mal so sehen Das ist dann euer Das ist ja jetzt nicht Auf Miete oder so Sondern ihr habt die dann einfach Probleme hatten den Kredit Durchzubekommen Denn was ich nicht wusste Ist die Tatsache Dass obwohl es dafür Gar keinen Grund gab Ich bei so einer Selbstständigen Schufa Irgendwie negativ drin stand Mit irgendwas Was es gar nicht gab Das habe ich auch Entfernen lassen Zum Zeitpunkt Wo ich dann den Notarvertrag Vor mir liegen hatte Für diese Eigentumswohnung War das aber noch nicht Zu 100% klar Sondern eher zu 90% Da ich die nicht kriegen würde Ich habe ehrlich gesagt Aber noch auf die 10% Gehofft Irgendwie zu haben Das doch noch hinzukriegen Und naja Hatte dann halt den Vertrag Dann hieß es Nein geht nicht Und da musste ich 1500 Euro Dafür zahlen Ohne dass ich irgendwas hatte Außer halt unnötig Zeit verplempert Vor allem das geile ist Diese Wohnung Hat halt erstmal Einen unglaublich Beschissenen Schnitt Das ist schon mal das erste Und was dann noch Da drauf kommt Die lag halt im Nichts Also die lag ein bisschen Abseits Und ich hätte gar keinen Bock Da hinzufahren Ja guck mal Dann hast du eine Wohnung Der Schnitt ist kacke Die Lage ist kacke Und ja Ich fühle das Was Dude mit Maske sagt Ich finde auch Ein Haus Deutlich deutlich schöner Als wenn du dir eine Wohnung Als Eigentumswohnung Oder als Eigentumswohnung Direkt kaufst Lieber ein Haus Da kannst du alles noch So drum rum gestalten Hast noch einen Garten Vielleicht dazu Kannst die Lage direkt bestimmen Finde ich auf jeden Fall Deutlich entspannter Und Internet Von Vodafone Ja natürlich Man muss da natürlich Richtig reinschalzen Was den Internet Dann wieder anbelangt Um in die Stadt zu fahren Nach Braunschweig Über die Autobahncruisen 10 Minuten oder so Hätte ich keinen Bock drauf gehabt Zum Glück habe ich die nicht bekommen Die nächste richtig dumme Investition War mein Audi A6 Und zwar wissen viele Dass ich ja ein Audi A3 hatte Dann den Audi A6 Und jetzt halt den Audi A7 Und den A6 Hätte ich mir halt wirklich Komplett sparen können Das Ding ist Auch das war wieder Vor meinen Steuerschulden Und ich habe Das ist einfach ein Auto so Das Auto hätte ich ja einfach sparen können Immer mehr Geld angehäuft Und ich dachte so Bruder Deine Einnahmen laufen mega gut Jetzt hol dir doch mal Ein vernünftiges geiles Auto Du hast Bock Digga Dann bin ich halt irgendwann Zur Audi gefahren Hab da halt so ein bisschen rumgeguckt Und hab mir halt Diesen A6 rausgesucht Und man hätte eigentlich Schon direkt drauf kommen können Ey Länger als ein Jahr Hast du auf das Auto kein Bock Mir kommt es persönlich Gar nicht auf das Modell an Das ist mir wirklich scheißegal Auch die Motorleistung Ist mir nicht so wichtig Ich bin so ein wichtiger Innenraumfetischist So ganz viele Spielereien Irgendwelche Assistenten Tempomat Und Sitzheizung Und Sitzheizung hinten Und eine extra Klimaanlage Und was es da nicht noch alles gibt Finde ich einfach tausendmal geiler Und der Audi hatte halt so circa Gar nichts Er hatte zwar Assistenten Aber die waren noch nicht Wirklich ausgerichtet Ich muss auch sagen Ich hab auch in meinem Skoda Wir reden aber hier Von dem Skoda Fabia Und nicht von dem Audi A6 Aber in meinem Skoda Ist auch Absolut nichts drin Gut da ist eine Klimaanlage drin Aber sonst hast du halt Keinen Assistenten Oder sonst irgendwas drin Also ich hab Noch nicht mal ein Tempomat Und ein Tempomat Das wäre schon ganz geil Auf der Autobahn Weil ich nutze ein Tempomat Persönlich extrem gern Und sehr häufig Also hab ich auf der Arbeit Zumindest immer Ganz gern genutzt Und wenn ich zu Tim fahre Oder mal nach Köln Oder sonst wohin fahre Irgendwelche weiten Wege Ist ein Tempomat Sowas von mega praktisch Weil Ey Das ist einfach nur Übelster Krampf Drei Stunden die ganze Zeit Nur über die Autobahn zu fahren Das ist richtig nervig Leute Gereift Ich hatte zum Beispiel Einen Fernlichtassistent Und der ging immer aus Wenn der quasi gemerkt hat Jo ich werde angestreit Weil halt quasi Gegenverkehr kommt Und immer wenn ich Landstraßenkurven gefahren bin Und da diese Schilder sind Die dich warnen sollen Dass da eine scharfe Kurve ist Ging der an, aus, an, aus, an, aus Weil es halt zurückgeblendet hat Super Audi Gut gemacht Vorsprung durch Technik Oder wie war das? Auf jeden Fall hab ich mir Das Auto dann für über 40.000 geholt Und da hab ich den nächsten Großen Fehler gemacht Ich habe nicht mal gehandelt Das Ding ist Dass ich halt einfach So krass in diesem Film drin Hab Bluetooth Ne Bluetooth hab ich auch nicht Aber ich hab Aux-Anschluss Das geht Klimaanlage hab ich auch Ja automatische Fensterheber Hab ich nur vorne Hinten drin muss man kurbeln Ähm Ja Aber es reicht letztendlich auch Mir geht's da genauso Aber Alter Das ist gleich dein Auto Dass ich gar nicht versucht hab Da noch mit dem Preis runter zu gehen Ich glaub ich hab irgendwie 300 Euro bekommen Und normalerweise ist es so Dass wenn man sich so teure Gebrauchtwagen holt Kann man eigentlich easy damit rechnen Mindestens mal 10% vom Preis Noch erstattet zu bekommen Das wären hier über 4000 Euro gewesen Die ich halt einfach quasi verloren hab Das Ende vom Lied ist natürlich Ich hab das Auto halt ein Jahr gefahren Hab mir dann den A7 geholt Hab mein Auto dann auch noch Relativ günstig Wieder zurück an Audi verkauft Und musste darauf auch noch Einkommenssteuer zahlen Weil das halt ein Firmenwagen war Also hab ich mit dem Auto halt Maximal Verlust gemacht Ich glaube noch härter Ist mit dem Auto wirklich niemand auf die Fresse geflogen Aber mit dem A7 bin ich jetzt wenigstens glücklich Nach über einem Jahr Und alles gut Aber das ist trotzdem einfach unnötig gewesen Ebenfalls eine richtig dumme Ausgabe War die Tatsache Dass ich damals in ein YouTube-Netzwerk gegangen bin Ihr wisst noch 2015 oder 16 Ich glaube 2015 war das Kam die Netzwerk Also bevor wir jetzt hier weitermachen mit Netzwerk Ich bin auch in dem Netzwerk drin Ich bin ehrlich Ich hab die Schnauze voll Also ich glaube die Also wenn die mir jetzt wirklich nicht antworten Ich hab ja gesagt Dass Ich guck gleich mal Ich guck gleich mal auf meine E-Mail-Adresse Ich hab ja gesagt Dass ich möchte Dass die diesen einen Kanal überprüfen Diesen Einmal Holzende Und PKTV Und Es sollte nichts passieren Ich Da gehe ich dann raus aus dem Netzwerk Und bis jetzt haben die mir noch nicht geantwortet Und Wenn die jetzt weiterhin nicht antworten Dann wird es so sein Dass ich wirklich rausgehe YouTuber waren in einem Netzwerk Und da war der kleine KuchenTV Ich glaube ich hatte da irgendwie so 25.000 Abonnenten oder so Ich dachte mir so Bruder Jetzt ist meine Zeit Alter Ich gehe in den Netzwerk Alter Und dann bam bam Greife ich ganz oben an Alter Und naja Dann bin ich halt in ein Netzwerk gegangen Und es gab halt Monate Da habe ich gar nichts von denen gehört Und ich war insgesamt glaube ich so Zweieinhalb Jahre bei denen Und ich habe nicht ein Placement bekommen Die haben Ja Ich habe übrigens auch noch nie Ein Placement Über ein Netzwerk bekommen Also die haben mir bisher noch nichts Aber auch wirklich rein noch gar nichts gegeben Also Noch gar nichts Die haben noch nicht mal wirklich mit mir kommuniziert Immer wenn ich mal was gefragt habe Kam erst eine Woche später mal eine Antwort Also ich persönlich werde Eigentlich ist das schon längst überfällig Ich werde es einfach Ich gehe einfach rausgehen Und wenn die mich fragen Warum ich rausgehe Dann sage ich einfach Na guckt doch mal Was ihr für Spaß in dem Netzwerk habt Eigentlich nicht eine richtige Sache für mich gemacht Und im Endeffekt war das nicht mehr verlorene Zeit da drin Sondern halt auch verlorenes Geld Ich hatte halt Monate Da habe ich von denen so circa 6000 Euro bekommen Und man kann sich dann ja ausrechnen Das sind ja 85% Wie viel dann 100% waren Und es gab halt Ja 85% das ist schon gut Das ist ja schon gut Ich habe noch weniger Prozent 85% das wäre top Da hätte ich deutlich deutlich mehr Geld gemacht Sag ich mal Monate da haben die wirklich 1000 Euro bekommen Und ich habe nicht einmal mit Ja heavy Das Problem ist Das dauert immer ein Stück Ehe du raus bist Aus diesem Netzwerk Und dann hast du gewisse Übersichten Nicht Die du halt für deine Steuererklärung Gut nutzen kannst Aber ganz ehrlich Das was du dort an Geld Sag ich mal Verlierst Das kannst du da ja Auch schon wieder fast ausgeben Für Ja ein bisschen mehr Arbeit Sag ich mal Aber das Das ist eigentlich an sich kein Problem Dementsprechend Werde ich Ich hoffe Ich werde das jetzt auch dann direkt durchziehen Ich werde einfach aus meinem Netzwerk Direkt austreten Denen irgendwie Kontakt gehabt Das Geld also auch hier wieder effektiv aus dem Fenster geschmissen Vor allem hatte ich halt erstmal nur ein Jahr Vertragslaufzeit Und bin nach dem Jahr auch wieder rausgegangen Weil sie gesagt Die haben halt nichts für mich gemacht Dann wollte ich ein Auto haben Mein A3 Und eine Bank hat mir keinen Kredit gegeben Weil meine Selbstständigkeit noch nicht so lange lief Das ist immer relativ schwierig Und naja Dann war quasi die letzte Chance Wie ich mein Auto kriege Noch Ja wieder zurück zum Netzwerk zu gehen Und nach einem zinslosen Kredit zu fragen Über 10.000 Euro Haben die mir tatsächlich auch gegeben Das war halt auch mega korrekt Aber zinslos kann man ja eigentlich auch nicht sagen Weil die haben dann monatlich wieder 15% meiner Einnahmen bekommen Dafür, dass ich halt nie mit denen geschrieben habe Das Ganze ging mir halt auch so auf den Piss Dass ich nach einem halben Jahr auch gesagt habe Jo, ich möchte hier raus Ihr macht halt gar nichts Dann gab es erstmal ein bisschen Streit Hin und her Bla 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 Dann habe ich auf Twitter gepostet Jo, ey Entweder ihr lasst mich raus Oder ich mache einen neuen Kanal Hätte ich sogar wirklich gemacht Und naja Am Ende bin ich halt rausgekommen Ja, ich muss halt sagen Es ist halt alles ein bisschen doof gelaufen Ich persönlich finde es halt generell überholt Irgendwie grundsätzlich erstmal Einnahmen abzugeben Jedes seriöse Netzwerk Oder auch Management Nimmt nicht einfach Geld von euch Sondern kriegt Provisionen Wenn sie euch was klar machen Zum Beispiel ein Placement Passt da also wirklich auf Nur so als kleiner Tipp Ebenfalls eine richtig dämliche Aussage Wofür ich mir wirklich auch in den Hinter beiße Ist es, dass ich mich für drei Jahre In einem Online-Abitur angemeldet habe Das habe ich damals ja richtig stolz gesagt Und ich meinte so Jo, Digga, ich ziehe durch Und am Anfang habe ich das halt auch ein bisschen gemacht Aber dann gab es halt das Problem Naja, was soll ich sagen Ich meine, ich bin Vollzeit-YouTuber mit fünf Kanälen Dann streame ich noch jeden Abend Drei oder vier Stunden auf Twitch Ich habe eine Freundin, Freunde und ein Kind Da dann noch das Abitur mit reinzubringen Ist halt relativ schwierig Und eigentlich kenne ich mich auch Solche Dinge ziehe ich halt Sowieso nicht durch Das heißt, ich zahle jetzt gerade Also ich bin doch ganz ehrlich Ich dachte nicht so Wer macht das denn? Also fix, ich grüße dich Und bin Prinzessin, hi Das Ding ist halt Gerade wenn du YouTuber bist Bist du halt mega froh Einfach das zu machen Worauf du Lust hast Und mir war es schon klar Dass Tim jetzt nicht die Motivation hat Auf Dauer wirklich das durchzuziehen Mit dem Abi nachholen Zumal ich mir dann auch vorstellen kann Dass Tim danach nicht studiert Also das ist für mich eigentlich schon klar gewesen Dass Tim danach nicht studieren wird Weil ich persönlich Ich bin nämlich auch so einer Ich mache kein Studium Weil ich mir halt so denke Das dauert Ewigkeit Und ich dann mal anfange mit arbeiten Das lohnt sich einfach nicht Gerade irgendwie Ich glaube 130 Euro im Monat Oder sowas Ich glaube insgesamt Insgesamt waren das knapp 4000 Euro Die ich in den drei Jahren bezahlen muss Und naja Mein Aditur werde ich wahrscheinlich nicht machen Weil mir halt schlichtweg einfach die Zeit dafür fehlt Also auch wieder eine super Investition Man muss zwar hier sagen Dass ich das zumindest von den Steuern absetzen kann Weil das quasi eine Weiterbildung ist Aber ich hätte dann doch lieber das Geld Um ehrlich zu sein Ohne dass ich dafür zahlen muss Was Alex hat kein Geld oder wie Alex Das kannst du mir nicht erzählen Das war also wieder absolut dämlich Ich glaube wenn ich diese ganzen Dinge einfach mal zusammenfasse Dann hätte ich hier halt locker easy irgendwie 20.000 Euro oder sowas sparen können Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben Bevor ihr irgendwas unterschreibt Bevor ihr euch ein Auto kauft Oder irgendwas abschließt Schlaft erstmal ein, zwei Nächte drüber Und überlegt wirklich Ziehe ich das durch? Lohnt sich das? Brauche ich das? Das ist ganz wichtig Das war es mit diesem Video meine Freunde Wir sehen uns K-Things Bye Ja also ich muss halt auch sagen Man gibt viel unnötige Sachen aus Ich glaube gerade wenn man viel Geld hat Gibt man unnötige Sachen aus Gerade auch was Klamotten angeht Ich denke hätte er jetzt noch die Klamotten aufgezählt Die er so hat Und die er eigentlich braucht oder auch nicht braucht Dann wären nochmal paar tausend Euro auch so in den Sand gesetzt Weil ich finde auch Ein Pullover für 500 Euro oder so Das braucht man einfach nicht Also so geht es mir zumindest Und das hat ja Tim auch schon gesagt Er bereut es auch irgendwo Wir sehen uns beim nächsten Mal Vielen Dank.